... ... ..... ... ... ... ... ... Sehr geehrter Herr Schubert, sehr geehrte Gäste, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und trotz der schwierigen pandemischen Situationen haben wir uns heute hier zusammengefunden, um gemeinsam Herrn Müller, unserem langjährigen Leiter der Suppenküche, zu gedenken und Abschied von ihm zu nehmen. Wir alle sind immer noch tief betroffen von dem plötzlichen Tod am 4. März diesen Jahres. Unsere Mitarbeiterin Frau Fremde hat alles in ihrer Macht Stehende getan, um Erste Hilfe zu leisten. Leider war Herr Müller so schwer erkrankt, dass er in der Nacht auf der Intensivstation im Ernst-von-Bergmann-Klinikum seine Erkrankung erlag. Ich selbst durfte mit Peter Müller seit 2017 arbeiten. In der Volkssolidarität war er seit 2016 tätig. Peter Müller liebte seine Arbeit, erlebte die Werte der Volkssolidarität und war bei allen Mitarbeitern im Verbandsbereich sehr beliebt. Ich erlebte ihn als sehr besonnenen Mitarbeiterin, ruhig und trotzdem führend als Leiter. Sowohl zu seinen Gästen als auch zu seinen Mitarbeitern war er immer freundlich und hatte für sie jederzeit ein offenes Wort. Und wenig Zutaten, sehr gute Speisen kochen, er konnte aber auch seinen Gästen in vielen Fragen weiterhelfen. An Feiertagen organisierte er Festessen und war persönlich für sie vor Ort. Feierabend gab es für ihn nur auf dem Papier. Ich hatte das Gefühl, die Arbeit, dass der Name Suppenküche falsch sei, da es nur Samstag Suppe gibt. Und damit hatte er recht. Denn an diesem Ort wird nicht nur ein warmes Essen ausgegeben, sondern hier bekommen unsere Gäste Kleidung, können sich waschen und werden wahrgenommen und geachtet. Aber die Dankbarkeit schenkt in der Trauer eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne wie ein kostbares Geschenk. Sehr geehrte Damen und Herren, mit großer persönlicher Bestürzung habe ich auch Anfang März vom Ableben Ihres Kollegen, Ihres Chefs, Peter Müller, erfahren. Es ist mir ein Anliegen, Ihn als seine engsten Kontaktperson, meine aufrichtige und tief empfundene Anteilnahme auszusprechen. Ich mache dies ausdrücklich auch im Namen zahlreicher Kolleginnen und Kollegen der Landeshauptstadt Potsdam. Einige sind heute hier, die eng und sehr zuverlässig mit Herrn Müller zusammengearbeitet sind. Und nutzte das kleine Stückchen Weg, was mir nur gut von da ist, hier rein, Sorgen, Nöte und Leben unterzubringen. Da war eben mehr jetzt der Kopf, wie er den liebt. Vor seiner täglichen Wirkungsstätte finde ich daher auch sehr passend. Und die Stadt verdankt Herr Müller sehr viel, nämlich sein Einfühlungsvermögen sowie das Konkurrenzbuch ausgelegt. Und jeder, der möchte, kann mich durch einschlagen. Ich bitte Sie einzeln einzutreten, kurz zu verweilen, hinten rein und vorne bitte wieder mein Bahnstraßen-System. Ich bitte Sie, ich bitte Sie, ich bitte Sie. Ich bitte Sie, ich bitte Sie, ich bitte Sie. Ich bitte Sie, ich bitte Sie, ich bitte Sie, ich bitte Sie. Ich bitte Sie, ich bitte Sie, ich bitte Sie. Ich bitte Sie, ich bitte Sie. Ich bitte Sie, ich bitte Sie, ich bitte Sie, ich bitte Sie. Ich bitte Sie, ich bitte Sie, ich bitte Sie, ich bitte Sie. Ich bitte Sie, ich bitte Sie, ich bitte Sie. wir nicht versuchen, um es nicht nur im Moment und wenn es nicht einfach das ist, wenn es nicht einfach möglich ist, es ist nicht einfach wie es nicht verletzend ist, weChat, weChat, wir verbaut, und wie wir heute gleich. Ich sage die Leute, die ich hier nicht vorangenehmig, ich bin Der Strom ist nicht so viel Foch, mit einem großen Wert. Das ist ein weiteres Haus. Ja, das ist wirklich wichtig. Das ist richtig, das ist nicht so. Und ich habe es genau da. Bestes Reihen die Bestundenheit. Die Bestundenheit hervorragend war. Die Bedeutung hat der Bestundenheit hervorragend. Die Bestundenheit hervorragend ist gar nicht so. Die Leitungen am besten bei den Eindrutscher 1-2-8-3. Das wäre mir eine Kuss, die wir sind. Das war das, was wir in der Lage sind. Ich habe das eine Verlinn, die Menschen bienverteilt. Ich kann das nicht mehr aus dem, was die Menschen es für mich driftet, wie es auch nur die Gehaltschiene und die Gehäuser ist, die wir hier sind, wir sind es zu berufs und drumherum. Weil es alles einfach ist, was wir haben, wir haben das ganz im Football-Programm gebaut. Das ist wirklich ein deiner Frage. Wie geht es um den Umgang? Es geht um den umgang mit der ADN-Beaz其實. Leitungen für Hans, was der Verstorz beiBUEN JONGHAM. Das geht auch zu einem laissez-건al forgetting, was das bon- conducting. Sie gehen immer im Mod pronounced. Als es dieses Ding Patty aus einem so gave, will ich sagen, dann können das auch... Insofern kann man sich nicht abizzieren und dann die Kinder ver pleas Chris sehen wieder raus. Ich hoffe, ich habe das große Gebäude anbeten. Ich weiß, dass es mehr so hoch ist. Weil ich die Zivilgesellschaft jetzt fast was gemacht habe. Das ist, was in der Zukunft geht. Der Bescheiden war auf den Lauf und mit dem Ziel ist das Alben, das war ich auch das erste Mal. Du hast das Recht, das ist immer wieder zu kasih, und du bist immer noch nicht in der Zukunft. Und ich bin schon in der Kurzweil eine Anlage, der Bauer, die wir mitlichen Dimension betrennt sind. Ich werde das auf einen Punkt hier auf die Frage stellen. Und da wird man mich zu sagen. Ich weiß nicht, wie es richtig? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe das nicht gesehen. Ich hab das direkt über die Er centrum. Da haben wir sehr gut. Aber ich habe auch wirklich viel zu sagen. Ja, wo wir uns hier wiederjaw haben, die sich hierioè in der Proz-Tonkons, die dann auch immer über uns, weil es so wichtig ist, Und damit so viel aussehen, 's in der Arbeit. Abonniert den Jobb, ich freue mich. Deswegen habe ich auch die Aufmerksamkeit von den Kozen perseverbar. Und jetzt kommt der jtem COVID-19 auf der Tür. Und das ist der sterren Airbnb, der hier befreitiert. Das ist eine gute Identität. Und wenn Sie das nicht anschauen können, das ist das wichtig. Also, was Sie bereitst Composite, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Was Sie wollen, als Sie fünf Jahre mal machen, und deswegen ist das so, ich bin ein bisschen weiß, weil dann ist das so, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen.